Die 6. Gebirgsdivision war ein Großverband der Gebirgstruppe der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Geschichte Die Division wurde am 1. Juni 1940 auf dem Truppenübungsplatz Heuberg aufgestellt. Im Frankreich Feldzug vorgehen vom Rhein bis in den Raum Saint-Di, anschließend Besatzungsstruppe im Raum Pontalia. Anfang 1941 wurde die Truppe nach Südrumänien verlegt und stieß von dort im Griechenland Feldzug bis Athen vor. Im Sommer wurde sie im Raum Semmering aufgefrischt und dann nach Finnland verlegt. Im Oktober 1941 löste die Division die 3. Gebirgsdivision im Leisebrückenkopf und an der Mürmenskfront ab. Dort verblieb sie bei schweren Abwehr- und Stellungskämpfen und der Bekämpfung feindlicher Kommandoeinheiten hinter der Front bis zum Oktober 1944. Dann folgten Rückzugskämpfe im Rahmen der Räumung Finnlands während des Laplandkrieges als Teil der 20. Gebirgsarmee in den Raum Kilpis-Järvi. Anfang 1945 wurde Finnland endgültig geräumt. Die Truppe zog sich bis zum Lungenfjord zurück und ging nach der deutschen Kapitulation in englische Gefangenschaft Kommandeure. Generalmajor Ferdinand Schörner 1. Juni 1940 bis 1. Februar 1942 Generalleutnant Christian Philipp 1. Februar 1942 bis 20. August 1944 Generalmajor Max-Josef Pemsel 20. August 1944 bis 19. April 1945 Oberst-Josef Remold 20. April 1945 bis zur Kapitulation Gliederung Gebirgsjägerregiment 141 Gebirgsjägerregiment 143 Gebirgsartillerieregiment 118 Aufklärungsabteilung 112 Gebirgspionierbataillon 91 Panzerjägerabteilung 47 Gebirgsnachrichtenabteilung 91 Gebirgsnachschubführer 91 Feldersatzbataillon 91 Ersatzgestellung Gebirgsjägerersatzbataillon 2 136 in Kufstein Bekannte Divisionsangehörige Franz Pöschel war von 1972 bis 1978 als Generalleutnant kommentierender General des 3. Kurdes Heeres der Bundeswehr Gebirgsnachrichten drives Kebirgsnachricht 이며 Gebirgsnachricht Unde Gebirgsnachricht